Im heutigen Brot-Podcast ist Frau Mag. Nicole Zöhrer, Ernährungswissenschaftlerin der Landwirtschaftskammer Steiermark zu Gast. Und mit ihr kann ich heute über die Kohlenhydrate sprechen. Brot bäckt sich eben am besten mit Mehl und natürlich sind darin auch viele Kohlenhydrate enthalten. Kohlenhydrate werden immer als Neon nicht wirklich positiv dargestellt. Ist da was dran? Kohlenhydrate sind grundsätzlich ganz wichtige Nährstoffe in unserer Ernährung und sie sind grundlegende Energielieferanten. Deswegen dürfen wir Kohlenhydrate keinesfalls aus unserer Ernährung verbannen. Aber natürlich, so wie wir es beim Fett auch schon gelernt haben, ist es auch bei den Kohlenhydraten so, dass es natürlich auf die Art der Kohlenhydrate ankommt, die wir zu uns nehmen, ob die jetzt gesundheitsförderlich sind oder weniger. Und da ist sehr entscheidend die Kettenlänge der Kohlenhydrate. Weil wir unterscheiden ja zwischen kurzkettigen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Zucker, besteht entweder aus einem oder aus zwei Bausteinen, wie Traubenzucker oder unser bekannter Haushaltszucker. Und dann gibt es aber Kohlenhydrate mit sehr langen Ketten, die sogenannten Polysaccharide. Und das bekannteste Polysaccharide ist ja die Stärke. Und das ist auch das wichtigste Kohlenhydrat, das im Mehl und somit auch im Brot vorkommt. Und wenn das jetzt so ganz lange Ketten an Kohlenhydraten sind, dann müssen ja diese Ketten der Reihe nach aufgespaltet werden. Und das dauert natürlich seine Zeit. Die einzelnen Zuckerbausteine werden langsam ans Blut abgegeben. Und dementsprechend steigt unser Blutzuckerspiegel nur langsam an. Und wir bleiben auch einfach länger satt. Und je mehr unverdauliche Kohlenhydrate jetzt noch im Getreide bzw. Mehl dann enthalten sind, wie es vor allem beim Vollkornmehl der Fall ist, desto länger dauert noch die Verdauung. Und umso höher ist dann eigentlich letztendlich auch die Sättigung. Ja, und wann esse ich eben helles Gebäck? Wann esse ich Vollkorngebäck? Wann ist das sinnvoll, welches zu essen? Ja, so wie man es jetzt oft hört oder wie man dann vielleicht denken mag, ist halt die Semmel mit hellem Brot natürlich jetzt nicht das Gebäck, das für jeden Tag so günstig ist, weil Semmeln oder Weißbrot werden eben aus Mehl gemacht, die das jetzt kaum noch Ballaststoffe enthält. Dementsprechend sind Semmeln zum Beispiel leichter und schneller verdaulich als jetzt ein Vollkornbrot. Und jetzt kommt es ganz darauf an, was ich machen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sportler bin, wäre ich mit einem Vollkornbrot nicht viel Freude haben, weil das braucht eben sehr lange für die Verdauung. Ich brauche aber als Sportler, wenn ich das jetzt vor dem Training noch was esse, quasi brauche ich ja schnell Energie. Und da ist mir ja Vollkornbrot nicht sehr hilfreich. Also da ist zum Beispiel Marmeladesemmel, wäre ein gutes Sportlerfrühstück jetzt vor dem Training zum Beispiel. Also das heißt, Lebensmittel lassen sich jetzt nicht grundsätzlich in gut oder schlecht einteilen, sondern man muss immer auch ein bisschen darauf schauen, was ist jetzt die Situation, was habe ich vor, wofür brauche ich Energie. Und wenn ich Vollkornbrot esse, sind ja die Ballaststoffe, die drinnen sind. Was hat das mit diesen auf sich? Eher die Ballaststoffe, die sind ja in den Randschichten des Getreidekorns enthalten. Das heißt, wenn ich Vollkornmehl verwende, habe ich umso mehr Ballaststoffe auch dann im Vollkornbrot enthalten. Und Ballaststoffe, da unterscheidet man zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Die löslichen Ballaststoffe, das sind zum Beispiel Beta-Glucane im Getreide oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Brot Leinsamen verwende, da habe ich auch sehr viele lösliche Ballaststoffe drinnen. Und die haben eine sogenannte präbiotische Wirkung. Das heißt, die werden im Dünndarm nicht aufgenommen, sondern gehen weiter in den Dickdarm und werden dort von den Bakterien verstoffwechselt. Und präbiotisch heißt eben, dass sie den Dickdarm-Bakterien quasi als Futter dienen. Und unsere guten, hilfreichen Dickdarm-Bakterien vermehren sich dann durch diese Ballaststoffe. Und dann gibt es noch die unlöslichen Ballaststoffe. Das sind so die in den Randschichten des Getreides eben enthalten. Und die kann man sagen, die saugen sich so richtig mit Wasser voll. Und der Nahrungsbrei nimmt dann zu. Und so hat der Darm richtig was zu tun. Ich sage immer, das ist so ein bisschen ballaststoffreiche Nahrung. Das ist dann so ein bisschen das Fitnesstraining für den Darm, so dass der nicht träge wird und einfach lange aktiv bleibt. Und Darmerkrankungen werden dadurch vorgebeugt. Und auch Verstopfung. Die Darmpassage nimmt einfach zu und wird erleichtert durch diese unlöslichen Ballaststoffe. Und nicht nur Wasser wird gebunden, sondern zum Beispiel auch Gallensäuren werden gebunden. Und die Gallensäuren, das sind die Ausgangssubstanzen für Cholesterin. Das heißt, indem jetzt diese Ballaststoffe die Gallensäuren binden, stehen sie für die Cholesterinsynthese nicht zur Verfügung. Und das hat wieder sehr viel guten Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel. Und den können wir wirklich aktiv über eine ballaststoffreiche Ernährung senken. Also ein Appell, ballaststoffreiche Kost zu sich nehmen, aber auch Semmeln sind mir manchmal erlaubt. Ist auch ein angenehmes Gefühl, das einmal zu hören. Zum Abschluss kommen wir zu unserem Word Wrap. Kohlenhydrate sind wichtige Bestandteile unserer Ernährung. Eine Semmel schmeckt herrlich beim Sonntagsfrühstück. Vollkornbrot sollte täglich am Speiseplan stehen. Ballaststoffe Darüber freut sich unsere Damen. Brot ist Leben.